Hi, gestern haben wir uns mit verschiedenen Typen von Tests beschäftigt, mit Unit-Tests, Integration-Tests, Komponententests, UI-Tests und so weiter. Und wir kamen zu der Frage, wann sollte man denn Tests überhaupt schreiben? Naheliegend ist ja erstmal, man schreibt erst Code und schreibt dann irgendwann später die Tests. Aber da gibt es so etwas, eine Vorgehensweise namens TDD, namens Test-Driven Development und die kehrt das Ganze um. Da schreibt man nämlich zuerst die Tests und dann den Code. Genau deswegen heißt es ja auch Test-Driven. Die Frage ist, wie funktioniert das? Wie funktioniert TDD? Man schreibt tatsächlich zuerst den Test. Das heißt, das allererste, wenn ich ein neues Projekt starte, wenn ich nach TDD vorgehe, was ich mache, ist einen Test zu schreiben. Und wenn ich den dann versuche auszuführen, wird der natürlich rot sein, weil es gibt ja noch gar keinen Code, den dieser Test überhaupt testen könnte. Ich habe ja bislang nur den Test geschrieben. Damit ist auf jeden Fall schon mal sichergestellt, dass der Test überhaupt funktioniert. Das ist wichtig, dass ein Test initial auch mal rot ist. Denn damit ist sichergestellt, dass ich irgendwas Sinnvolles prüfe und dass der Test nicht durch Zufall grün wird, sondern dass es eben wirklich auch eine Aussagekraft hat, wenn der Test nachher von rot auf grün springt. Der zweite Schritt bei TDD besteht dann darin, jetzt Code zu schreiben, um diesen Test grün zu machen. Und wichtig dabei ist, dass man nicht unnötig viel Code schreibt, sondern eigentlich nur gerade so viel Code, wie unbedingt nötig ist, um diesen Test grün zu machen. Die Idee dahinter ist, oder der Sinn dahinter ist, dass jede Zeile Code durch mindestens einen Test motiviert sein sollte. Dass es also immer einen Test geben sollte, der der Grund ist, warum man eine Zeile Code hinzugefügt hat. Und jetzt kann man theoretisch iterieren. Man spricht hier von Baby Steps, weil man also wirklich mit ganz kleinen Schrittchen sich von Test zu Test zu Test sozusagen vorhangelt. Aber bevor man das macht, macht man noch einen dritten Schritt. Man räumt nämlich erstmal noch auf. Man baut vielleicht noch um. Man schreibt noch ein paar Kommentare dazu. Man benennt Variable nochmal passend. Kurzum, man führt Refactoring durch. Und warum? Ganz einfach, weil man ein sauberes Fundament legen will. Weil man jetzt die Möglichkeit hat, sozusagen nochmal alles gerade zu ziehen, alles glatt zu ziehen, bevor man dann sozusagen in die nächste Iteration geht und eben weitermacht und die Software ein bisschen größer baut. Und das Schöne ist, das geht auch alles sehr problemlos, weil dadurch, dass ich ja mit Baby Steps vorgehe und weil ich ja immer nur so viel Code geschrieben habe, der notwendig war, um die Tests grün zu machen, mir eben die Tests garantieren, dass auch nach einem Refactoring-Umbau alles in Ordnung ist. Weil der Code ja durch die Tests motiviert war, decken diese Tests nämlich alles ab. Und damit kann ich eben bedenkenlos aufräumen, umbauen, ohne Angst haben zu müssen, dass ich irgendetwas kaputt mache. Und man spricht also an der Stelle auch von dem sogenannten TDD-Cycle, beziehungsweise von Red-Green-Refactor. Und das ist eine sehr, sehr gute Vorgehensweise, so zu arbeiten, insbesondere dann, wenn man neu ist mit dem Thema Testen, wenn man Testen sozusagen erst lernt, wie das funktioniert. Der Grund ist nämlich ganz einfach, man wird dazu gezwungen, in Tests zu denken und die Tests wirklich in den Vordergrund zu stellen. Und das ist wichtig. Tests helfen nämlich extrem gut dabei, Code vernünftig und sauber zu strukturieren. Man hat, gerade wenn man neu mit dem Thema Testen anfängt, häufig die Situation, dass vorhandener Code schwierig zu testen ist. Und man wundert sich dann so, ja, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie man irgendwie gut testen soll, weil man stößt ja schon an gewisse Probleme, wie man gewisse Dinge testen kann. Und die Erkenntnis, die man hat, wenn man mal eine Weile mit TDD gearbeitet hat, ist, dass an solchen Stellen nicht das Thema Testen schuld ist, sondern dass der Code einfach schlecht strukturiert ist. Und wenn der Code gut strukturiert wäre, wäre es auch kein Problem, vernünftige Tests dafür zu schreiben. Und genau das wird einem dadurch, dass man die Tests zuerst schreibt, sehr bewusst, weil man nämlich die Tests schreibt, muss man den Code dann so strukturieren, dass er gut testbar ist, beziehungsweise er wird automatisch sozusagen so strukturiert, dass er eben gut testbar ist, weil er durch die Tests sozusagen getrieben wird. Außerdem muss man sich ja explizit Gedanken über den nächsten Schritt machen. Was ist denn das nächste kleine bisschen, was ich testen möchte? Man denkt viel eher über Spezialfälle nach und so weiter. Und man kann hier einfach natürlich auch vorher schon mal Testideen sammeln, die sich alle mal aufschreiben und dann eben Test für Test für Test durchgehen. Außerdem ein sehr netter Seiteneffekt, weil es eben noch keinen Code gibt, den man testen könnte, sondern weil man sich erst mal auf den Test konzentriert. Der Seiteneffekt ist, dass man sich nämlich auf das Interface konzentriert, dass man sich auf das Verhalten konzentriert, dass man sich überlegt, wie würde ich das denn aufrufen, was würde ich denn erwarten? Und da geht man eben dann nicht nur vom Happy-Day-Fall aus, sondern man berücksichtigt auch Fehlerfälle, Sonderfälle, Edge-Cases und so weiter. Und was man damit letzten Endes erschafft, ist eine Spezifikation. Das Schöne daran, das habe ich die Tage schon mal gesagt, ist, dass das Ganze eben sehr viel durchdachter ist, dass es expliziter ist, dass es bewusster entsteht und das ist eben einer der ganz, ganz großen Vorteile von Test-Driven-Development bzw. von diesem, wenn man es ein bisschen allgemeiner formulieren will, von dem Test-First-Ansatz, dass ich eben sehr viel bewusster mit Softwareentwicklung umgehe. Jetzt ist es ja generell so, wo Licht ist, ist auch immer Schatten und auch so ist es natürlich bei Test-Driven-Development. TDD hat nicht nur Vorteile. TDD hat auch gewisse Nachteile, hängt ein bisschen mit der Erwartungshaltung zusammen, die man an TDD legt. Was genau die Nachteile sind, darüber werden wir uns diese Woche noch unterhalten und zwar am Freitag. Davor gucken wir uns morgen an, was macht man denn, wenn man gar nicht mit TDD arbeiten kann, weil Code schon existiert. Das heißt, ich füge jetzt die Tests im Nachhinein zu einer bestehenden Codebase hinzu. Wie kann ich denn vorhandenen Code testen? Teilweise wird das sehr einfach sein, aber teilweise eben auch nicht. Und dieses teilweise eben auch nicht. Da gibt es verschiedene Gründe, warum das unter Umständen nicht einfach sein kann. Und ein sehr häufiger Grund, eine sehr häufig gestellte Frage ist, wie gehe ich denn mit Code um, der privates, also wo ich Funktionen habe, die sozusagen lokal sind, die mit Private gekennzeichnet sind oder ähnliches, an die ich von außen gar nicht so ohne weiteres drankomme. Wie teste ich das denn? Wie gehe ich damit um? Und genau das, wie gesagt, gucken wir uns morgen an. Für heute möchte ich mich bedanken, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denkt daran, die Glocke zu aktivieren. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Mittwoch. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und dann bis morgen. Ciao!